Die Bundesregierung bestätigt, die abschlagsfreie Rente mit 45 Jahren Wartezeit wird nicht abgeschafft. Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Es sind ja im Internet, in den Medien und so weiter immer wieder die Forderungen aufgemacht worden, dass die Rente ab 63, also die abschlagsfreie Rente, abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte, in der Fassung vom 01.07.2014 abgeschafft werden soll. So hat es im Übrigen auch Winfried Kretschmann von den Grünen gefordert und viele andere mehr. Zuletzt auch wieder die Wirtschaftsweise Prof. Dr. Schnitzer, die auch diese Forderungen aufgemacht hat. Und, meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat es jetzt nochmal aktuell bestätigt, nein, diese Rente wird nicht abgeschafft. Damit Sie das aber auch tatsächlich sehen, dass das so ist, zeige ich Ihnen mal hier was. Und zwar gibt es in der Bundestagsdrucksache 209979 vom 5. Januar 2024, da hat also ein Abdruck, eine Vorabfassung und da hat praktisch die Bundesregierung auf schriftlich gestellte Fragen von verschiedenen Abgeordneten in der Woche vom 2. Januar hier Antworten gegeben. Unter anderem auch auf Seite 18 dieses Konvoluts hier. Ich muss mal gucken, wo ich das finde. Seite 18. Das ist hier. Genau, hier ist es. Und zwar, ich mache es mal noch ein bisschen größer, dass Sie das vielleicht noch besser sehen können. Der Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz von der AfD hatte folgende Frage. Wie viele Personen haben seit dem 1. Juli 2014 eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren, Klammer auf, Rente mit 63 und so weiter, beantragt bzw. bewilligt bekommen und schließt, das ist jetzt das Wichtigste eigentlich, die Bundesregierung eine Reform dieses abschlagsfreien Rentenmodells nach 45 Jahren im Sinne einer vollständigen Streichung oder einer Erhöhung des Renteneintrittsalters während der laufenden Wahlperiode aus, Klammer auf, da gab es dann noch so einen Artikel von In der Welt von Winfried Kretschmann, auf den der Herr Thomas Seitz von der AfD verweist. Und jetzt kommt die Antwort der parlamentarischen Staatssekretärin Frau Kriese aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ich kenne die Dame übrigens auch persönlich, habe mich mit der schon zweimal getroffen und sie schreibt Folgendes. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann seit dem Jahr 2012 in Anspruch genommen werden. Ja, das ist korrekt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes ist es seit 1. Juli 2014 möglich, diese Rentenart statt dem 65. Lebensjahr bereits früher abschlagsfrei in Anspruch zu nehmen. Auch das ist korrekt. Die Altersgrenze lag zum Inkrafttreten, also am 1.7. 2014 genau bei 63 Jahren und wird dann schrittweise bis zum Jahr 2029 wieder auf das 65. Lebensjahr angehoben. Auch das ist absolut korrekt. Meine Damen und Herren, die erfragten Daten, wie viele Rentenanträge und so weiter gestellt worden sind, können Sie hier nachlesen. Also ich finde es zum Beispiel schon mal ganz interessant, dass im Jahr 2023 bis November 2023 bei den Zahlen der Neuanträgen 288.491 liegen. Im Jahr 2022 waren wir bei 255.055 Neuanträge und bis zum 30.11.2023 sind sage und schreibe 274.938 Bewilligungen herausgekommen. Im Jahr zuvor waren es noch 258.000. Das heißt also, wir bewegen uns schon in eine deutlich andere Richtung, nämlich nach oben. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat sicherlich nicht vor, diese Rente hier aufzuheben oder zu ändern. Das hat im Übrigen auch die Frau Greese hier geantwortet. Und es sind, hier steht es auch nochmal, auch vor diesem Hintergrund sind keine Änderungen geplant. Dies steht im Einklang mit dem Koalitionsvertrag, der vorsieht, dass es keine Rentenkürzung und auch keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben wird. Also meine Damen und Herren, damit ist die Sache relativ eindeutig, relativ klar. Aber bis zum Ende der Ampelregierung gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie die komplette Wahlperiode durchsteht, wird es keine Änderungen bei der abschlagsfreien Rente mit 45 Jahren geben. Alle Leute, die jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr da in Rente gehen wollen, können da aus meiner Sicht beruhigt sein und die Rente dann auch in Anspruch nehmen oder zumindestens anvisieren. Mehr zu diesem Thema finden Sie wie immer auf RentenBescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und viel Spaß beim Rentenantrag stellen. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel